12 dollar das war das noch mal geld das war das was ich sucht habe danke für die zusammenarbeit herzlich willkommen zurück zu meinem let's play red dead redemption 2 in der pc fassung folge 13 hier waren wir zum beispiel mir geht es doch direkt weiter spiel neu gestartet ein zwei einstellungen optimiert und freundet es sieht doch schon mal viel viel besser aus scheint was gebracht zu haben sehr schön wir machen natürlich weiter mit den schuldnern und lili ist am nächsten dran ja das läuft jetzt auch wieder deutlich besser ich habe ein zwei einstellungen noch mal wieder ein bisschen runter gedreht von hoch auf mittel aber ist deutlich besser immer noch als niedrig also da machen wir uns nicht drüber unterhalten freunde und es ist die performance ja sogar gar nicht mal so schlecht was die maximale verbundenheit stufe mit einem pferd erreicht geil halte x gedrückt eine piaffe cool jetzt kann ich normal springen die hole im in oh come on why's it always gotta be such a goddamn performance with you now i told you i'd get you the money next week and i'll get it if you didn't make it this week who's to say lily where's our money what that loan you took it's payday i'm sorry i don't have it right now well then i guess we got a big problem don't we cooper give him what you've got i ain't giving him nothing except a lessening damn damn bitch ah 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 naja ah also pein oh All mein Geld, ich habe das alles ihm gegeben. Geh alles, was du findest an ihm und lass uns mit ihm fertig sein, bitte. Schuld sind Schulden. Schulden erfolgreich eingetrieben. Das wollen wir doch hören. Was wär? Du? Ja, verdammt nochmal. Das würde ich auch hoffen, mein Lieber. Doch, tschau. Perfekt. Und der nächste ist wieder ein ganzes Stück weit weg. Ach, schön, die Bugs sind weg. Tja, Vulkan und mein PC sind wohl nicht gerade sehr freundlich zueinander. Habe ich irgendwie den Eindruck? Naja, gut, was solls. Einmal hier durch, bitte. Wollen wir ihn jetzt mal hier nicht tot reiten. Tschau. Schön. Ab auf den Weg. Zum letzten dann, glaube ich, auch schon. Und es geht auch relativ fix hier, Freunde. Da kommen wir doch gut voran. Da sind wir doch gut dabei. Machen wir die anderen Missionen noch. Na gut, heute werden wir jetzt nicht mehr alles schaffen. Das ist meine letzte Aufnahme auch für heute. Haben wir wieder drei geschafft, immerhin. viel mehr kriege ich aber auch zeitlich tatsächlich nicht hin. Also... Was passiert? Meine Hörstchen verbreitet. Ich weiß nicht warum. Es sind meine Freunde. Ich weiß nicht, was ich kann machen. Ich weiß nicht, was ich kann machen. Meine Hörstchen sind knackig. Bitte, schnell. Oh, ja, ja, ja. Wir sollen uns nicht erwischen lassen. Oh, ja. Ähm. Wir sollen uns nicht erwischen lassen. Ja, komm, steck auf. Wir sind doch hier auf unserer Richtung. Das ist doch wunderbar. Wir da eh hätten durchgemusst. Naja, nicht ganz, aber... Komm. Machen wir es. Ich mag es, Leuten zu helfen. Okay. Alles klar. Du magst es wohl nicht so. Boah. Schnell. Das ist wieder so eine von diesen Spaßbremsen. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe sehr starkes Augen und sehr viele Hände. Ich habe es versucht, einen Job zu arbeiten als eine Seamstress. Ein Wunderschöneser sagte, er würde mir für die Arbeit bezahlen. Das ist ein Wunderschön. Aber es ist auch nicht wahr. Oh, du bist richtig. Ich glaube. Er sagte, er würde Platz geben und Platz für mich und für meine Kinder. Er wollte mich erst mal treffen. Ich würde mich aufhören. Ich würde mich aufhören mit solchen Angeboten, Frau. Ich kann nicht aufhören, dass die Angelegenheiten wie diese, sogar wenn sie sich... ...und... 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 ...wag. Es ist alles klar. Ich kann nicht mehr so eine Möglichkeit haben. Jetzt muss ich mich aufhören, Mildred zurück. Für sie. Das ist sicher, wie du in eine schwierige Position bist. Du findest mich... ... ist das einzige gutste Sache, die mir in einem langen Zeitpunkt passiert. Ja. Tja, so ist das. Verdammt. Ich werde hier noch abgeknallt. Wir sind doch überall Wächter. Ja. Nichts voraus hier. Kann sich das noch einmal entscheiden jetzt? Okay. Scheint gerade kein Wächter da zu sein. What's yours? Tell me, please. Ja. Das... Ja. Na ja. So. Und... Weiter geht's. Wir haben ja noch ordentlich Zeit in dieser Folge, was mich persönlich sehr freut. Äh... Ist es das hier? Ne. Aber da ist auf jeden Fall irgendwas anderes. まだ... Oh... Oh... Ist es das? Macht mehr. Ich habeorrogen capacidad. Nichts? really? Tja... Aargel? I hospital. Wahnsinn! Weil er Kraut auf. Ja, ja, aufpassen, Freunde. Ne, warte mal, looten. Looten lohnt sich immer, Freunde. Aufs Ganze gesehen bringt das relativ viel sogar. Wir kriegen ein bisschen was zu essen, wieder ein bisschen Munition, ein bisschen Geld. Da, guck mal, das ist zwar nicht viel, aber wenn man da mal ein bisschen, guck mal, einen Hut, kriegen wir auch wieder schön. Auf Dauer rentiert sich sowas. Was mache ich denn? Was ist Schwinde? Gib mir lieber dein Zeug. Ja, einen schönen Header kassiert. Ah, ein Wundertonikum, schön, schön. Dass sie sowas immer bei sich haben, aber nie nehmen, ne? Nun gut. Ist das hier unten? Ah, das Fährdismittel war ja ziemlich geil. Aber wir haben auch mal ein kleines Stück zu reiten. Traum. Und weiter geht's. Ja, überall Kopfgeld. Hier 80 Dollar, da hinten 140 Dollar. Bei uns läuft irgendwie nicht. Naja, was soll's. Da oben ist es, oder was? Da oben ist es, oder was soll's. Mhm. Mhm. Ich bin der Herr, Herr Robel. Ich bin der Herr, was ich in meinem Haus mache? Gott, verdammt. Englisch? Du sprach Englisch? Ja, gut für dich. Ich bin hier für Geld. Du hast von einem Englisch aus dem Mann? Nein. Ich bin hier für Geld. Geld. Du hast von Leopold Strauss. Leopold Strauss. Ja. Also, es ist Zeit für Geld. Wo ist es? Ich habe nichts. Es ist eine sehr schlechte Winter. Wir haben alle eine schlechte Winter. Wo ist es? Nein. 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 Jetzt, du weißt, wo du das Geld hast? Ich brauche etwas Zeit. Ich brauche die Geld. Oh, ich verstehe dich nicht. Gott, verdammt. Du hast ein Geld für Herr Strauss. Ich brauche sie. Stop. Ich habe keine Kraft. Einี district. Oh. Ich habe keine Kraft. Ah. Nein. Die sind geoffelt. Nein. 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 Nichtes. Ich habe private Geld, aber nein. Ich habe diese. Es ist gut, es ist gut. Ohna. Ist... Ist... Ist Warschaba, ja. Ich habe eure Dinge. Okay? Ich habe... ... irgendwas in hier oder da? Ja. Alles zu suchen, Freunde. Da hat Musik noch Lohn, Freunde. Nischt. Ich spreche nicht Englisch. Nein, 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 nein. Ja. Ja, 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 ja. Nein, Gott. Ich brauche es. Ich muss es essen, bitte. Okay. Ich bin erfolgreich eingetragen. Okay. Das sollte über die Dinge kümmern. Und wir nehmen trotzdem mal alles. Hm. Dein Haarwuchs zu beschleunigen. Sag mal, was gibt es denn hier alles? Nein, ich verlasse das Haus jetzt nicht. Ich suche, wann es mir passt. Münzbeutel. Cool. So, was ist hier noch? Nochmal Schuhen offenbar. Oho. Ui. 12 Dollar. Das war das. Ach, nochmal Geld. Das war das, was ich gesucht habe. So. Tschüss. Danke. Für die Zusammenarbeit. Oh. Oh. Regnen tut es. Mhm. So. Vorräte. Was kann ich mampfen? Ein paar Bohnen gehen immer. Ah. So. Wunderschöne Schülchen eingetrieben. Erstmal hier. Wir haben noch ein bisschen was über 10 Minuten Zeit. Gucken wir mal, was wir machen. Für eine Mission würde es jetzt nicht mehr reichen. Hm. Ja, wir müssen sowieso noch zur Lagerkasse. Äh. Mehr ist es jetzt nicht, ne? Hier ist zwar gesucht. Tod oder lebendig. Hier mit 140 Dollar. Hm. Und irgendwo hier. War dann mit 80 Dollar. Also irgendwie. Läuft bei uns nicht. Nun gut. Das muss alles in die Lagerkasse. Strauß ermutigt Arthur die ausstehenden Schulden von einem Farmer, um sie da uns einzutreiben. Der nicht die Absicht hat, diese zu bezahlen. Tja. Da hat er mal Pech gehabt. Und dann kommen wir. Und nehmen sie uns. Da geht's runter, ne? Jo. Schön. Ein Traum. Ich würde sagen, haben wir was ganz Gutes für diese Folge gemacht. Hier können wir mal ein bisschen den Weg folgen. Der führt uns sowieso wieder übers Wasser. Sehr weit springt der. Ja. Das ist ja noch was. Oh, komm mal. Was auch immer du sagst. Na, ich sage. Warum biete es aus den Schälen, wenn du dein eigenes machen kannst. Na, viel Platz hier. Wenn du interessiert bist. Ich würde lieber gehen. Hm. Gut. Tjana-Tabak. Herstellung für Dead Eye und so ein Kram. War auch nicht schlecht. Gut. Mehr brauchen wir jetzt aber auch nicht. Aber interessant. Wieder was Neues kennengelernt. Schön. Du kannst ihn essen, um den Kern des Dead da wieder auszuführen. Oder benutzen, um Schlangenöl herzustellen. So lernt man auch wieder was Neues. Hi. So. Schön, schön. Hier müssen wir lang. Ich glaube, wir sind auch schon fast wieder da. Was prinzipiell eigentlich ein Problem ist, weil wir hängen noch 10 Minuten Zeit an. Oh. Hm, Vorräte sieht überall nicht so gut aus, ne? Good morning, Arthur. You and me is one thing, but... Can you at least try to make an effort with the boy? Ja, guck mal her. Gut. Domino spielen. Sage mal. Oh. So you brought the loud mouth kid back to us. I'm sorry. I wanted them to hang him. Well, he amuses me. You done good, Arthur. Loyalty. Was aus uns. Was aus uns. Geht was bekommen. Ist doch dafür. Wie lange her, honey. Frisches Obst, dann einfache Konserven, noch mehr von dem was wir schon haben, Sinneschärfen, Schlangenöl und starke Magenbitter, um keine Ausdauer aufzufüllen, ja, können wir mal machen. Toll. Schön. Klingt ja nach Spaß. Das werden wir dann auf nächste Folge verschieben. Wir können uns erstmal ein bisschen so rumkümmern. Erstmal, ähm... Stell dann der, der komplett wieder her. Das brauchen wir aber nicht. Wir brauchen nämlich einen Kern. Ah, das hier zum Beispiel. So muss das sein. Wir können mal wieder bei uns zu Hause, ähm... Wo ist denn unser, äh... Eine Gefährtenaktivität. Sprich mit den Gefährten. Ja. Unser Zell ist dat hier. Hier ist unser Bart. Der geht ja noch komplett klar. Ich würde mich einfach mal gerne kurz schlafen legen. Ja, Abendnacht. Bis zum nächsten Morgen. 19 Stunden erstmal wunderschön ausruhen, Freunde. Ah, erstmal gemütlich ausruhen. Ich glaube, wir haben in dem gesamten Let's Plan noch nicht einiges Mal geschlafen. Kann das sein? Guten Morgen. Na? Hm? Aha. Was macht ihr hier? Wer ist denn das? Wer ist denn das? Der Reverend natürlich. Immer besorfen. So. So. Was ist ja da, gesagt. So. Ein fellow in der Stadt認識iert mich von Blackwater. Das ist nicht gut. Das ist okay, aber ich bin mit ihm. Alles klar, der Typ ist komplett durch. Reden wir nochmal mit all den Leuten hier. So, nach der Mittagszeit nochmal vorbei. Alles klar. Geh mit ihnen. Nach der Däden. So, das wäre eine Mission. Die wollen wir jetzt natürlich noch nicht starten. Das machen wir dann mal in den nächsten Völkchen. Komm schon, Arthur. Mercie. Ich bin nur mit dir schlafen. Du gehst mit der Kugel. Ich bin schuldig. Dann gute Nacht. Auch der Typ brennt auch. Was passiert jetzt? Sehr beeindruckend natürlich. Naja. Gut. Ist der noch was? Wir haben noch zwei Minuten Zeit. Wir könnten das hier nochmal ganz kurz probieren. Offenbar scheint es gerade keinen Bedarf zu geben. Dann würde ich sagen, Freunde, war es das für diese Folge. Ihr gewisst Bescheid. Wir speichern das Spiel ab. Und werden dann in der nächsten Folge mit den weiteren Missionen natürlich unverzüglich fortfahren. Jetzt scheint es auch wieder ein bisschen besser zu laufen. Muss ich auf jeden Fall mal einen Blick behalten, dass die scheiß Patches die Einstellung nicht wieder verändern. In diesem Sinne, Freunde, bedanke ich mich bei euch wieder ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.